im heutigen video zeige ich also wie kann man zu hause mit seinem gasgrill unterschiedliches fisch richtig grillen wie ich das mache ihr könnt in meinem video sehen bitte nicht umschalten und werden hallo ich bin wald und heute ist richtig heiß heute ist übrigens kaufreitag und heute mache ich fisch und ihr habt zwei zwei unterschiedliche fischsorten das ist forelle forelle und dorade so die beide sind also richtig lecker und deswegen also ich habe die ausgewählt also für heute dann für richtiges geschmack also ich habe also dann olivenöl petersilien die knoblauch knoblauch ich habe wie ich habe schon also in einem video erzählt wir waren in kroatien und dort aus dem restaurant also die hat dann also knoblauch richtig fein fein geschnitten quasi und dann alles also im olivenöl und das kann man sogar auf ihm eine behälte und im kühlschrank und kamen mehrere tagen dann halten so und ich habe jetzt noch heute boot und jetzt weich geworden aber bevor wir anfangen muss man grill anschalten und in richtig heiß machen also das heißt bei mir zum beispiel für brenner mache ich alle auf volle leistung so jetzt habe ich also dann grill angeschaltet wir müssen also zuerst alle seiten richtig abtüpfung ihnen auch wir haben in die nähe also zwei bäcker und beide waren zu und wir haben also dann kein brot gehabt und deswegen also ich habe ich habe im internet nachgeschaut also wie kann man also zu hause brot backen und das geht so einfach und ich habe dann gleich gemacht und diese video so können sie hier sehen und dort backen mit deutschofen dass das geht echt richtig leicht wenn ihr habt das geschafft also dann ihr schafft auch jetzt mache ich also dann drei schnitten muss nicht sein aber von beiden seiten ich habe schon eine eine video gedreht also nur mit der rade und damals also habe ich habe probiert also mit auf dem rost eine zu grillen und eine auf dem auf back map und beide hat richtig richtig gut geklappt also beide hat mir gefallen und sogar der dorade hat nicht also zum rost geklebt heute probiere ich alle fisch arten und gleich auf dem rost zu legen ohne back mat jetzt brauche ich alle von öl und mai dann ganz einfach also vom vom hand fisch ein bisschen bestreichen zuerst außen so und jetzt rein mache ich dann knoblauch also knoblauch mit olivenöl was habe ich schon also gemacht also deswegen also ich habe also dann handschuhe angezogen nicht jede mag das also aber mit knoblauch also wenn du arbeitest also der schon lieber dann mache ich peter serien auch da rein und die die auch ihr habt also zum beispiel kräuter butter und mache ich ihn auch ein bisschen in jedes fisch rein und im heutigen video ich zeige nicht nur wie muss man fisch vorbereiten sondern auch also beilagen zu fisch hat meine frau also schon kartoffeln geschält und zweimal durch geschnitten das ist circa eine halb kilo kartoffeln das kommt alles also im topf mit kaltes wasser und wird gekocht also jetzt ist unsere kartoffeln fertig das kann man auch sehen zum beispiel also wenn wenn das weich wird dann ist fertig jetzt mache ich dann heraus geschmolzene butter kommt dann oben drauf und jetzt kommt noch ein bisschen dill und petersilien da ist noch brot vom heute werde ich habe selber gebacken so jetzt ist unsere grill richtig heiß geworden so dann muss man noch grillrost ölen aber höle nur dann wenn fisch genau aufgelegt wird sonst wird also das öl im gussrost eingezogen also und fisch wird kleben feines salz genommen da muss man das ist sonnenblumenöl mit sonnenblumenöl man jetzt dann rost rost ein ölen und so lege ich dann unsere fisch hier also jetzt mache ich zu acht minuten auf eine seite dann drehen wir um noch acht minuten und fertig so jetzt acht minuten ist vorbei wo das kann man auch so sehen wenn die flöße ganz einfach raus so jetzt ist noch acht minuten vorbei und unsere fisch ist fertig und das kann man auch so sehen wenn die flöße ganz einfach raus ziehen kann dann die ist fertig im video da sieht alles schön und gut aber bei mir ist voller pulle stress das sieht man aber nicht aber hat alles geklappt alle sieht wunderbar danke für zuschauen guten appetit tschüss und bis nächstes mal so ja und 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 Untertitelung des ZDF, 2020